hallo youtube hervorna laden mit dem youtube machen du mit max wollen wir jetzt für die kills gehen hier werden die zum seismic stabilizer gehen einfach für den daten tut mir so leid max es tut mir so leid wir killen und gehen dann in vend mann alter so dumm ich wollte gerade dings machen kabel dann diese report button da ja ja nee ich habe die leiche gefunden ich rede jetzt erst mal nicht am besten wir sollten die ausreden lassen nicht drumrum reden reden also ich laufe im lab rein wollte gerade kabel machen war schon im kabelfeld dann habe ich unten den report button gesehen ich habe auch kurz über die kabel zuerst zu ende zu machen aber dann habe ich da leider viele live gefunden und was ich gesehen habe ist das fabo auf jeden fall von da raus gelaufen ist von laboratory ähm und sonst habe ich tatsächlich dann niemanden ich glaube ich habe noch jemanden gesehen aber ich kann mich nicht auf habe wo bist du hin ich war auch mit dir bei dir reaktor und dann bist du doch rechts auch viel mehr reingelaufen zu laboratory ich glaube nicht aber was ich noch sagen wollte zwei sachen einmal wir waren in communications und revie ist ganz weird gemoved und fabo hat so weird davor gewartet ja weil weil entweder weil er dachte okay revie ist sass oder weil er selber sass ist nee nee bro weil ich selber tatsächlich nicht gecheckt habe dass man warten muss da steht ja dann return und dann wenn man das wieder anmacht das wifi reboot steht da ja please wait und ich habe immer wieder ab auf die frage ich mal kurz auf die frage von romatris mit viele rechts rein gerannt okay nein das ist nicht richtig wenn ich richtig bin ich mit viele reingelaufen ich habe den dildo gefix das hat kevin gesehen da bin ich richtung richtung office für karte ich glaube sogar viele war bei uns noch oder und dann ist sie nach rechts gelaufen meine ich weil sie ja ja genau kann sein ich glaube schon ich glaube ich glaube also dann ist sie mit romata rechts in medbay rein nein ich bin nicht mit rein wir wollten nicht wir haben nein nein ich bin runtergelaufen zu diesem zu diesem zu dieser weather note zu diesem deal romata lügt romata lügt ich war in o2 habe die flaschen aufgefüllt wir sind bei sieben wir wollten nicht wir sassen farbos romata ich war in o2 da habe ich dich nicht gesehen ja und revi jetzt am ende in o2 habe die flaschen aufgefüllt vielleicht hast du mich nicht gesehen weil du am ende nicht in o2 war also romata lügt safe call kann vielleicht sein also romata lügt safe call kann vielleicht sein kozo ja sind mal farbo und romata gebracht aber tendenziell eher farbo würde ich sagen scheinbar es könnte auch sehr fort gewesen sein damit er weiter packs öffnen kann ich hätte nicht lügen sollen ich weiß nicht bis revi da ankommt war halt unlucky as fooock ne ich höre mir kein alibi von caruso von caruso ein alibi holen wäre doof nie also solltest du nie ein alibi vom vom anderen imposter mate holen farbo ist der einzige der mich sasst farbo ist der einzige der mich sasst den müssen wir umbringen das wäre sau dämlich farbo nicht umzubringen farbo farbo niemand hat niemand gehört dass farbo gelungen wird okay okay farbo ist mit brenton unterwegs gewesen auf jeden fall den hast du mir gerade über den weg gelaufen und papa platte ich habe gerade darf ich das sagen direkt vor live ich habe gerade vitals gecheckt ich war gerade vitals habe gecampt und der report war keine ahnung eine millisekunde nachdem what the fuck ich habe ja wer ist denn jetzt im gestorben brenton und revi gesehen auf jeden fall nein brenton hast du nicht gesehen du hast papa platte gesehen doch nein nein er hat mich gesehen weil ich gescannt habe direkt nach dennoch mörder also ich habe revi scannt gesehen ich dachte erst dass revis wäre wegen erster runde aber ich glaube revi war es nicht das wirkte nicht so der ist auch direkt weitergegangen hätte mich easy killen können ist nach unten gegangen ich hätte revi auch easy killen können du bist dann runtergegangen als specimen revi ne bin specimen gesteppt habe da simon sales gemacht und zurück mein letztes cable gerade gefixt ich habe in der dusche und außerhalb der dusche diese zwei kabel dann noch gemacht und dann kam fabo rein und außen der tür hat brenton gewartet fabo ist dann aber aus irgendeinem grund zurückgegangen keine ahnung warum und dann bin ich weil ich halt wusste dass ein also weil ich vermutet habe dass einer der beiden das ist bin ich zurückgegangen und auf einmal habe ich nur noch brenton gesehen und dann hat brenton auf einmal reportet mit fabos tot hä ich habe dich nirgends gesehen wer war denn noch oben wer war denn noch oben wer war denn noch oben bei hallo bei der ist runtergegangen wir sind er muss ist brandon sein auf jeden fall kann der der report wohnen mal ganz kurz der romatra sagt er hat auf weitesten kill eine millisekunde vorher gespottet brandon war also hallo okay das mit der millisekunde kann hallo lass doch brandon ausreden ja das mit der das mit der millisekunde ich gebe euch das noch mal mit ich gebe euch das noch mal mit äh dhner kann es nicht sein ich habe ihn gesehen wie er sich gescannt hat als ich mich gescannt habe stand da waiting for dhner also und als und als dhner sich gescannt hat stand da waiting for brandon ja quasi die ganze zeit gegenseitig auf sie das mit der millisekunde kann nicht sein weil ich habe den report button gesehen und noch mal kurz nach der leiche gesucht das heißt ich habe noch mal zwei drei sekunden nach der leiche gesucht und habe sie dann direkt vor lights gefunden also ich gebe das mit warum würdest du nach der leiche suchen naja damit ich sagen kann wo die leiche war vielleicht deswegen das ist das ganze hier brandon dhner lass mal lass mal direkt lass mal dass man immer das romatra war eben mit trimes unterwegs die wollten duo machen ja die 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 sing Kevin, du bist echt ein Idiot. Ooooooh! Das Problem ist, ich sterbe, kein Junge! Was? Aber Brennen... Alter, ey, 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 ey! Warum? Caruso, Caruso, ich wär gern, Caruso, ich wär gern für... Ich wär gern für den Vote-Out gegangen. Ich wär so gern für den Vote-Out gegangen. Es läuft so flawless, es müssten Romarca und Caruso sein. Alle so... Lorenz, Lorenz, danke für den Trump und den Vote-Out. Mach doch den, Alter! Ich hab komplett gelogen, ich hab komplett gelogen. Ich war nicht bei Vytals. Ich hab das einfach nur behauptet. Ich war...